Ich sage, Jana, Gott sei Dank, ist gesund. Ja? Ja, ich habe mich untersuchen lassen und die Ärzte sind sehr begeistert. Ja. Sag selber. Ja, also ich habe einen Lungentumor gehabt. Ja. Einen Lungentumor. Und bei der letzten Untersuchung hatte ich dann die Ergebnisse bekommen, dass der sich um jeweils zwei Zentimeter verkleinert hat. Ein guter Arzt hat mich zu Sophie geschickt, genau. Ich sollte, ich habe auch Krebs, Unterleibskrebs und ich sollte Chemo machen und Bestrahlen in der Fallung. Da bin ich zu meinem Hausarzt und wollte ihn fragen, was er davon hält und der hat mich dann hier zu Sophie geschickt und seitdem geht es mir schon viel besser. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus